Ja, ne, ich bin's wieder, Kizunai Haram, hier mit meinem Let's Play von The Legend of Zelda Majora's Mask. Und, äh, ja, ich habe jetzt noch nachgeguckt, wegen den letzten Feen, und... Es ist nicht mehr allzu viel. Dieser Mond. Oh, meins. Den habe ich doch eben abgeschossen. Hm. Na, jetzt kann ich aber auch erstmal ohne Probleme schwimmen. Na, komm schon. Irgendwie ist die... Steuerung im Wasser dezent groggy. Okay, die neun habe ich. Number nine. Puh. Da gibt's nicht mehr allzu viel. Meins. Hm, dann... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch eine fehlt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo die sein soll. Sonst. Aha. Number six... Number ten. So, jetzt muss ich... Deswegen. Es gibt doch etwas, was man... Miep. Das will ich die Facke erst recht erwischen. Hm, ein bisschen höher. Ja. Geht auch nicht automatisch raus. So, ein bisschen höher. Das ist zu hoch. Oh, Mann. Hä? Oh, come on. Ich verbrat' hier meine ganzen Pfeile noch deswegen. Nur, weil ich das nicht hinkriege. Hm, hm, hm. Okay, dann... So. Hä? Hä, wieso zündet er sich nicht an? Was soll denn die Verarsche? Oh, komm schon, Spiel. Ich hab halt keine Pfeile mehr wegen der Scheiße. Na, weil sie spielt so denkt... Nö, äh, fick dich. Hä? Warum hat er jetzt geschossen? Ich hab nicht losgelassen. Och, checkt das doch einer. Ich check das jetzt grad nicht. Wieso geht das denn nicht? Hier, der trifft das, aber... Das tut sich nichts. Spiel verrascht mich doch. Warum nicht gleich so? So, jetzt ist die Tür offen. Kannst nichts dagegen machen. Ich muss mich langsam beeilen. So. Nur noch drei Pfeile. Super. Ganz toll. Wenn diese Erschütterungen aufhören würden, dann... ...wäre ich glücklich. Ähm... Na, komm. Wir nehmen kurz hier... ...so eine Maske. Komm her. Danke. So ist es doch fein. So, das geht schneller. Hm. So, einmal so. Na, jetzt kommen sie wie... ...wie Dings. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Pfeile! Sehr schön. Soll ich das eigentlich mit einem Pfeil abschießen? Jetzt mal so gefragt. Ähm... Mal ausprobieren. Ich meine, jetzt habe ich ja wieder genug Pfeile. Sollte ich. Das, was ich doch immer wollte. Das, was ich doch immer wollte. Fortschritt. Oh, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Und da drüben ist noch eine. Wie viele habe ich jetzt? Weiß das gerade nicht. Ähm... So, andere Seite jetzt. Okay. Okay, das Ganze jetzt von der anderen Seite aus. Huch. Was war das für ein Geräusch? Nummer 14. Das heißt, es fehlt nur noch eine. Oh. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich kann auch so wissen, wie es geht, dass... Du anfällig auf Pfeile bist, mein Freund. Ähm. So. Jetzt muss ich aber... Na komm. Das war kein Problem. Ey! Nicht so... Dings. So, ich krieg immer, was ich will. Naja, nicht immer. Aber ich tu so einiges dafür. Okay, jetzt nochmal meine... Den Boden raus. Ich wünschte... Er wünschte ihn nicht. Na gut, daneben nicht. So. 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 Irgendwo gab es doch noch eine. Oh, nur wo? Hier sehe ich keine. Hier sehe ich keine. Da sehe ich auch keine. Hm. Ups. Ah, ich habe nicht das Gefühl, ich habe eine vergessen. Money. Und Money. Hä? Wo ist denn die letzte? Ey, das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich, äh, wenn ich jetzt eine nicht gekriegt hätte. Deswegen auch immer. Vielleicht, wenn ich die da erwische? Dieses Mistvieh. Irgendwie bezweifle ich das. Okay, die zwei Scheiße sind weg. Der war ernsthaft, wo ist der letzte? Ich kann mich nicht weiter drum kümmern. Mir liegt sonst die Zeit davon. Oui. 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 Okay. Was kommt jetzt für ein Boss? Willenloser Dschungelkrieger Odolva. Odolva, oder? Ja, bitte? Kommst du ihm zu nahe, wirst du es bitter bereuen. Oh, you don't say. Okay, was soll ich jetzt hier drin? Ja, komm doch her! Ja! 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 Was soll ich machen? Oh! Ja! Okay Okay, jetzt. Was auch immer das für ein... Was auch immer das für ein... Miii, jetzt lass mich doch... Häää... Lass mich doch in die Blume! Hä? Ich versteh grad den Boss nicht. Ich versteh grad nicht, was ich machen soll. Soll ich ihn vielleicht... Mit Dings? Oh, das sind zu viele! Oh, was ist das für ein... Moment! Sind das nicht Bomben? Oh, das hat ganz gut geklappt. Lieb! Jetzt ein bisschen schneller. Okay, ich verstehe echt den Boss nicht. Ich verstehe nicht, was der Boss von mir will. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Oh, der hat Schaden gemacht. Der hat gut Schaden gefressen. Soll ich die Bomben nach ihm werfen? Ach du Scheiße. Ist gut. Ist gut. Habe ich denn jetzt eigentlich Schaden gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht. Na? Wow. Damit er mich praktisch aus der Blume rausgedrängt hat. Sehr mies. Nee, ich sterbe gleich. Also, äh, nee, 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 ich beende jetzt den Part. Ich will nachgucken, wie man den plättet, weil ich habe echt keine Ahnung. Immer dieser Puzzle-Bosse. Ohne Witz. Garlow-Positiv- oder-Negativ-Bewertung immer gern gesehen. Das war's vom Endeffekt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys. Ohne Witz.